Ja, herzlich willkommen zu unserem Silvester-Special. Draußen wird schon ordentlich geknallt und wir lassen es jetzt auch krachen. Ich habe den schönen LKW hier genommen. Okay. Mal sehen. Ey, dann will ich immer auch aufrüsten. Ja. Ja, mach. Keine Ahnung. Ey, Tom, das ist unfair. Ja, ich würde nämlich einen anderen. Ich habe gesagt, freie Wahl. Ja, ja, so. Was sag ich? Ey, Tom, das ist genauso, als würdest du einen Panzer mit einem Nagelfeiler aufhalten. Das geht auch nicht. Also, hä, ich behalte jetzt hier mein Canyon. Wir haben jetzt... ...Wie hier? Haha, richtig, so. Ja, der ist ja viel gegründet, der hier. Ja. Was drücke ich jetzt zum Starten? Starten einfach nicht, das war falsch. Äh, bereit. Ganz hinten, äh, rechts. Was drücke ich jetzt zum Starten? Nein, warum ist das eine Sitzung rausgegangen? Es funktioniert. Warten auf Ost. Also, ich habe das so eingestellt, dass es da sogar ein Punktesystem drin ist, ne? Dass wir am Ende so krönen können. Wie fährt man denn? Ich bleib hier stehen. Da gibt es einen Kontakttimer. Ihr dürft mich jetzt erstmal... Ich schläge hier, echt. Nicht mich! Ich bin, dass du mit Arbeit rennen kannst. Boah, jetzt freu ich halt mit Tastatur. Verdammter Mist. Aua. Wo seid ihr denn? Ich bin hier. Ja, hoppala. Ich weiß gar nicht, ist das Mike? Ja, das ist Mike. So, Mike ist voll weg. Aua. Richtig. Nein, verfehlt. Oh, fuck, 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 fuck. Wow. Keiße. Jawoll. Oh, das war nicht gut. Wie ist denn das mit Schaden und alles? Was brennt da unten rechts? Äh, das ist das Nitro, was du verbrennst, wenn du es drückst. Ja, du hast noch Nitro. Au. Entschuldigung. Der packt mich wohl gleich tot. Oder halt geschaut. Sag mal, woher. Ja. Wo ist Mike? Ich bin jetzt, heißt es dir. Quatsch. Ich hab's irgendwie voll auf Tom abgesehen. Oh, Mann. Ich bin im Arsch. Hier gerade selbst. Okay. Hoho. Wir dürfen euch ab, danke. Mike. Ach nee, Mike ist ja... Ich bin tot. Ich hab mal was zu essen. Ja. So, ja, komm. Alter, wie hast du mir so viel Schaden hier zugefügt? Ich weiß gar nicht, wo ich hier die Handbremse bei mir habe. Das stört mich ein bisschen. Das haut doch nicht ab, hier gibt's einen Kontakttimer. Komm, da hast du ja mal ein richtiges Highlight zum Silvester rausgekramt. Wie viele Schaden habt ihr denn beide? Ich hab noch so... Fast die Hälfte hab ich noch. Also, beide Karrenquall. Beide Karren sind schwer beschädigt. Das kann nicht mehr lang dauern. Oh mein Gott, weil ich doch nicht immer aus, du Moodle-Sieg. Ja, aber Jakob hat Angst. Hey, Jakob ist mutig. Und das einzig Vorteilhafte an diesem Spiel, ich läge dich. Ehrlich. Ja, das ist wirklich gut. Tja, 4x4. Der geht sofort wieder nach vorne. Oh mein Gott, lass mich dich doch jetzt umbringen, du hast doch nicht mehr viel. Oh, Freunde, ey. Oh, Mando. Mach mal hin, ist doch kein Kaffee-Klatsch. Also, beim nächsten Mal werde ich euch hier alle rauskicken. Barsackel und Jakob, ihr brennt beide. Ja, und wir haben beide nur noch drei Reifen. So. Gewonnen. Okay, weiter. Zurück zum Menü, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, zurück zum Menü. Speichern. Okay, Rendergebnisse. Ja, 6 Punkte für mich. 5 von Tom, 8 für Jakob und 10 für Barsackel. Hervorragend. Weiter geht's. Was ist die Motor Raceway? Ich hab das nicht, das fand schon so eine vorgestellte Sitzung. Also, ich hab die Strecken nicht ausgesucht, ob ich das hätte machen können, aber ich hab's nicht gemacht wegen Zeitsparen. Da hab ich schon das perfekte Vehikel dafür. Oh Gott. Ist wieder egal, was wir nehmen? Ja. Okay. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja. Das war nicht so eine super tolle Geschwindigkeit, aber... Ich probier's mal. Ich nehm den Bullet GT. Mach doch nix, nimm ihn doch. Ist egal, und bereit drücken. Ich bin auch bereit. So, nimm ihn doch ein Stück auf. Ja. Ich auch. Ich nehm den hier. Ich nehm den hier. Ich nehm den hier. Oh, Tom. Äh, Tom, bereit drücken. Ganz rechts. Oder einmal links drücken. Oh, das war ein... Ja, das war falsch. So, einmal links, das ist besser. Okay, Passackel. Auf geht's. Vorzeit, passt. Ah, die Strecke, die kenn ich noch. Oh, ja. Ist der ein Schnell, den ich genommen habe? Also, ich hab verglichen, der war er... Der hält zwar einiges aus, aber der ist nicht unbedingt schnell. Oh, oh. Damit er misst. Ihr Freund ist doch scheiße hier. Oh, Mann. Ey, safety car. Ja, wirklich. Geht da bloß weg, ey. Fahr doch rein, Tom. Ach ja, stimmt. Eigentlich? Das kannst du, du kriegst dadurch keinen Schaden, ne? Wenn du jemanden reinfährst. Super. Ah. Aua. Hilfe. Ach, Tom. Oh, scheiße. Wo ist denn Jakob? Ich bin... Ich bin doch nicht in Malibu. Oh, scheiße. Ja. Wo ist denn Mike? Ja, ich bin aufs Dach gelandet und hab leider die... Die Tabs nicht mehr gefunden, wo man zurückkommt. Wie ist das? Bei mir ist es eher. Boah. Okay. Alter. Zwölffacher seitlicher Überschlag. Oh, wachst du? Ja. Ich bin schon extra Punkte. Boah, scheiße. Was hilft mir extra Punkte, wenn ich letzter bin? Und die Heckschütze möchte leider flüchten. Aber nicht mit mir. Komm schon. Wieso? Warst du gewinnt? Äh... 230. Boah, seitwärts. Oh, ich Idiot. Also, ich darf dich immer anmerken. Mike fährt so auch im wahren Leben. Mit 250 Baustelle. Ja. Oh. Was ist das? Was machst du denn? Oh, scheiße. Komm, komm, komm. Ey, der ist sogar langsam, der wagt. Okay. Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Was sind denn die Spiel? Boah. Oh, nee. Oh, Tom ist erster. Jakob, ich lade dich gleich wieder ein. Oh, du. Einmal um die eigene Achse gedreht. Im Flug. Ah, kacke. Kannst du nicht auf, äh, zurücksetzen, deinen Knopf, da? Ja, hätte ich machen können, eigentlich. Ja. Egal. So, wir sind eine Runde 3 von hier. Neuer Rundenrekord. Ja, hatte ich auch gerade. 58,69 oder sowas. Okay. Komm, 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 komm. Kannst du denn jetzt noch, äh, der Sitzung beitreten, Jakob? Äh, äh... Ich kann hier jede Zeit einladen. Gut. Ich hab ja reserviert für drei Leute. Ja. Perfekt. Ja. Ja. Jetzt hol ich auf. Bist du denn, Pascal? Ja, ich, ich geb jetzt Stoff, damit das Trend schnell beendet wird. Oh, nein! 2,50. Yo. Ich bin hinter der Barriere. Ich bin viel zu langsam. Der Wagen ist nicht so gut. Da bin ich wieder. Den hätte ich vielleicht vornehmen sollen. Du musst auf jeden Fall ein Fahrzeug nehmen, das gute Beschleunigung, guten Topspeed und gutes Fahrverhalten hat. Alles andere kannst du vergessen. Ja. Also da muss ich noch... Der hat hier wieder noch. Neuer Rundrekord. Also eigentlich wäre der Canyon für Tom ideal, den wir vorher auch gefahren haben. 56, 26. Oh, um hier. Oh, so eine lange Gurke, Alter. Nein, kommt schon nicht, der... Ja, und ich hatte kein Training. Ja, den will ich auch nicht. Okay, gut. Ja, ich habe es einmal eben durchgespielt so noch. Am dritten habe ich das letzte Mal gespielt. Habe ich das dann durchgespielt? Ja. Ah! Ja! Dafür geht es was hinter die Ohren. Scheiß. Scheiß Ausbaubeamte, da bin ich. Ach, ich mach die weg, Alter. Diese hebelischen Lachen, diese nicht zu bedeuten. Ja, ich bin der Kacke. Magda schaffst du nicht. Oh, doch. Boah, der Scheiß ist doch noch auf. War ich noch? Ja. Oh, ich bin jetzt geworden. Oh, ich bin jetzt. Zwei. Oh, guck mal hier. Oh, so netzig. Hilfe. Oh, ich werde für so eine Aufholjagd nicht belohnt. So ein Scheiß, ey. Oh Mann, oh Mann. Aber immerhin, eine Bombenzeit. So, Jakob lade ich eben wieder ein. Ja. Zum Menü zurück. Land Event. Und. Hochzeit, check. Oh, Stunt Event. Oh, das kann ich nur ein Bomben vor mir. Also Stunt Event konnte ich noch nie. Äh, ich auch nicht so richtig. Hat jemand total abgedust. Ich auch. Mal schauen, wie es wird. Ja. Lukula. So. Stunt Event. Also, äh. Oh, Stone Skipping, ach du Scheiße. Ihr wisst, wie es geht? Hm, hm. War das Steine überhaupt? Es ist so, die Steine über dem Wasser gleiten lassen. So was. Nur weil mit einem Dummy. Ach das, ja. Und immer wenn Person hier aufs Wasser, da muss man A drücken und so. Äh, ja, also die, die Nitro-Taste müsst ihr drücken zum Werfen. Und immer wenn der aufs Wasser wieder raufkommt, der Dummy dann wieder immer Nitro drücken. Immer gerade Nitro drücken. Hm. Warten auf Späler. Und los geht's. Ich bin der Erste. Juhu. Oh, gucken, ob ich es drauf hab noch. Alter, ich bin rausgekommen. Aua. Ich konnte nicht mal los. Was? Gesunken. Oh, verdammt. 163. Ich sag dir, ich sag dir mir gar nichts. Was, Pascal? 301. Du hackst doch. Alter. Niemand achtet bitte auf den Fein. Ganz langsam nur die Nitro-Taste drücken. Ganz schnell meine ich. Hä? Ganz schnell? Die Nitro-Taste? Die Nitro-Taste zum Abwerfen. Und immer wenn du aufs Wasser aufkommst gerade, also mit dem Dummy dann. Zählt der beste Versuch? Weiß nicht. Stopp, ich drück ganz schnell die Nitro-Taste. Also, zum Abwerfen musst du die Nitro-Taste, je nachdem, wie... aus welchem Winkel du schießen willst, gedrückt lassen. Ja. Und dann, wenn der aufkommt, drück ich A oder was? Oder ganz A? Ja, wenn der wieder aufkommt, dann drückst du wieder die Nitro-Taste. Und immer weiter, damit du... Das ist ja krank, ey. Ja, also... Ich hab's wirklich auch... Ich hab dann verzweifelt, weil ich... Oh, ich hab schon wieder... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ja! Ja, hervorragend! Ach, was? Wie hat das? 100 von was soll ich immer? 209! Ä Hause... Exakt 500 Punkte. Jakob, du hast ja jetzt nicht das Spiel verlassen! Nein! Ma! Was sagt das denn? Der stand Jakob, hat das Spiel verlassen! Hm, ja. Äh, hat er auch. Na, Tom, willst du noch besser? Na ja, komm ugih- Und du hast dein... Ja, ne, doch nicht. Ich dachte gerade nur, dass du deine Punkte verdoppelt hast. Jakob hat das Spiel verlassen. So, Handy-Band, das ist doch wieder meins. Ja. Ich hoffe, ich habe einen guten Wagen gehabt. Oh, Tom, wir teilen uns Platz 2. Ja, nicht mehr lange. Richtig, hast recht, ich werde davonziehen. Jakob? Buddy in your channel, time down. Jakob ist weg. Äh, oh, Jakob ist weg. Egal, machen wir erstmal weiter. Ja. Wo sieht denn die Tabelle hier aus? Nein, du bist Mensch. Äh, oh, Mike, wir müssen jetzt erstmal hier Pascal raushauen. Ja. Ach du Scheiße. Den hauen wir uns erstmal weg. So, zeitmäßig passt alles? Ja, ich bin bereit. Ich auch. Was, okay? Ja. Oh, Road King, ist das nicht dieser Große? Das ist der Mustang. Oh, Scheiße. Ich habe so eine Art Mitsubishi-Fälschung. Was ist denn damit, ist das jetzt schlecht? Nein, das Ding ist einfach nur krass geiler, da muss man auch umgehen können, der hält nicht so viel aus. Hä, ich bin weg, ich bin ausgeflogen. Ach so, du bist weil ein Unfall gebaut ist, bist du auch aus der Windschutzscheibe geflogen, das heißt, ja, genau. Ach so, ich dachte, das geht nicht. Aber wie, wie, was aushalten? Ich dachte, dein Wagen, den du hast, der hält nicht gerade viel aus, also. Ich dachte, es gibt hier keinen Schaden. Klar, wir hatten das nicht gesagt. Ja, du hast doch vorhin gesagt, hier gibt es keinen Schaden. Wenn du jemanden rammst, dann gibt es keinen Schaden, ansonsten schon. Ja, das ist doch Scheiße jetzt. Freutest du das? Nö. Ich dachte allgemein keinen Schaden im Rennen. So was blödes. Ich bin in ein paar Sackel im Bad gegangen, verdammt. Ja, lass dich mal schön hier vorne in Ruhe. Oho. Oho, Abflug. Ui. Oh, kacke, kacke. Ah. Da haben wir uns geknutscht. Komm, 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 komm. Oh, ich habe gerade gar keine Kontrolle mehr. Das ist ein Nuss. Ich auch nicht. So. So. Ab dafür. Ja. Oh. Oh, Alter, muss ein Mike hin. Der ist schon, äh, weit weg. Nein. In weit, weit weg. Ach, Tom. Oh, Scheiße, er ist auch nicht aufgepasst. Oh, verdammt. Zurücksetzen einmal. So. Hier durch. Das Spiel ist einfach nur der Hammer. Ja. Das ist sowas von krank. Da müssen wir eigentlich mehrere Leute spielen, ey. Oh. Ja, genau, ein paar Sacken. Da wollte ich dich nochmal drauf anstrengen. Wenn du über eine Kuppe fliegst, bitte das Gas wegnehmen. Ja. So mache ich das. Da fliegt man nicht immer so gefühlte zwei Kilometer. Ey, ich habe meinen Wagen. Aber was ist ja... Ich habe nur noch drei. Ich habe nur noch drei Reihen. Ja, Jakob, dann komm mal wieder ins Spiel. Äh, nee. Aber was? Achso. Hat sich so anders angehört. Äh. Ein Auto im Kornfeld. Das muss gar nicht sein. Dann ist es Sommer... Äh, was? Winterland schon? Ich habe hier keine Kontrolle mehr. Ja. Äh, Fahrverhalt ist etwas anders. Ja, besonders mit diesem Wagen hier. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Yeah, sie wurden gesprottet. Eindeutig. So, hier nach drei ich mich wirklich an. Okay. Garantierend. So, wo ist denn jetzt Mike? Verdammt. Ich wollte gerade sagen, mach mal die Kälte an. Nee, doch nicht vorne. Nee, noch nicht, aber gleich. Ja, ja, ja. Boah, du bist nicht dran. Oh, da war Tom. Ja. Fähig beinahe reingefahren. 200 über die Brücke. Und das leider nicht geschafft. Ah, scheiße. Fahrt die jetzt auch alle mit Tastatur? Ja, ich schon. Du nicht? Jakob fährt mit Pet. Ja, doch. Mit Linkrot. Ich bin von mit Pet Natur. Ah, ich dachte, du fährst mit, ähm, Wäppern. Ja, bin ich auch, aber geht irgendwie nicht. Ich steck da draußen auch so lange. Weg da, du Scheißdrecker. Aber verdammt Pascal baut die Führung aus. Ja. Nicht gut. Okay, neuer Rundenrekord. Was soll's. Weh, wenigstens das bleibt. Nein, doch nicht. Scheiße. Ist egal. Was soll's. Was kommt jetzt? Ring of Fire. Ach, du Scheiße. Oh nein. Nein, ich wollte aufholen. Ja, das kannst du doch. Ja. Wenn du den richtigen Wagen hast. Also ich nehm eigentlich immer den Rocket. Ist eigentlich egal, welchen Wagen man drin nimmt. Okay, wir können den Rocket Roadie. So, was mach ich jetzt? Durch die Ringe werfen. Erstmal fahren. Und dann durch die Ringe werfen. Da ist doch tatsächlich mein Rechner abgeschmiert. Ja. Aua, du bist gegen den ersten Ring geflogen? Hä? Ne, durch die kleinen Ringe musst du erst durchfahren. Und dann, äh... Ach übrigens, ähm, bevor ich's vergesse. Scheiße. Bevor ich's vergesse, Tom. Auf jeden Fall musst du, äh, bevor du, äh, die Nitro-Taste drückst. Erstmal gefühlter zwei Kilometer fahren. Okay. Dann drückst du auf die Nitro-Taste. Ja. Bestimmst den Winkel, etwa so 30 Grad. Und dann gibst du noch den einen... Tasse auf die Nitro-Taste drückst du noch einmal. Und danach kannst du den nochmal so ungefähr zwei Meter anheben. Okay. Und das drück ich denn häufiger oder nur... Nein, einmal. Ehe nachdem, wenn du's brauchst. Nur wenn du's brauchst. Und du kannst nur einmal machen dann während des Fliegs. So jetzt. Oh, ich bin irgendwo gegengeknallt. Das ist nicht gut, ne? Tja, kann fahren, ne? Ach, ich lieg hier vorne. Aua, ganz dick gebrochen. Bin ich zumindest vor Mike? Ähm, kann gut sein. Alter, du versenkst dich doch nicht erst nach da hinten. Boah, ich werd verrückt. Scheiße. So. Das war richtig gut. Komm, 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 komm. Ja, komm, man ist der Singleplayer, let's play. Ja. Nebenher, ne? Oh Gott, ich knack dir alles. Ich knack dir alles. Ja, man hört schon knacken. Nein, schade. Ja, scheiße, mein Ball ist doch nicht gebrochen. Komm, ich hätte das scheiß Regal. Aber vor Mike. Wichtig. Oh doch. Alter, 1008. Wer hast denn das gemacht? Tja. Scheiße, hat mein Tipp doch geholfen. So, dann muss ich eben den Jakob wieder einladen. Ja. Ja, eins kann ich noch mitmachen. Gut. Und dann? Muss ich leider kurz weg. Ja, die. Bärst du heute Abend vom Leihensweg oder? Nee, kann ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann's auch nicht glauben. Derby Bowl. Ja, hallo. Kraftgewicht. Komm mal denn da hin? Von euch einer? Tom, Pascal, Jakob? Nee, 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 ich auch nicht. Keiner will mehr spielen. Alter, jetzt bin ich zu dem Lötchen. Ah, jetzt. Nee, doch jetzt noch. So, halte er ein. Derby Bowl, sechs Minuten. Ja, das passt. Wo mir noch was zu essen. Okay. Ähm, das wird ein Board. Weiß nicht, welches mir das ist, derby Bowl 3. Roadkick. Roadkick. Warte, da war die Cruzada, ist das nicht dieser alte Fort Capri-Verschnitt? Nee. So, da war nur mal die Cruzada. Aber hier ein bisschen. Fort Capri. Bereit? Bereit. Ähm. Nein. Ja, komm. Nein, wird nicht akzeptiert. Ja, 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 ja. Ja, klar, ja. Ah, das ist das. Ach, genau. Oh, da hättest du doch auf den anderen Wagen neben dir. All in die Mitte hoch. Oh, ich hab'n Hügel von mir. Aua. Oh Mann, eben auch weh. Hey. 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 Dein Mustang. Oh. Oh. Ja. Oh, das war Mike. Hey, ich brenn's schon. Komm, 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 komm. Das war zu hoch. Hallo, der muss jetzt mal rauskriegen. Knappt ihn euch. Haha. Was war das denn? Holzau. Ich konnte froh sein, dass ich die Handbremse gezogen habe. Ansonsten wäre mir Jakob hinten reingebrettert. Ja. Ja. Ja, fahren wir jetzt alle in den Kreis, ne? Wichtig ist, dass man sich aus allem rauszuhalten und dann zu attackieren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja. Ich hab auch mal viel Schaden bekommen. Haha. Oh, ist das da mein... Ah, oh. Das war mein. Kacke, Alter. So, Leute. Ich bin leider für heute raus. Ja. Ich hab noch viel Spaß und wünsche dann einen guten Rutsch. Nein, komm, da heim. Scheiße. Jo. Wir sehen uns dann. Bis dann. Wir haben uns dann. Und sind es denn nie wieder. Jakob hat die Zeitüberschritte nachkommen, die machen wir jetzt erstmal kaputt. Echt nicht, das ist doch hier. Sag mal. Oh, ich spiel so gut. Ich hab's bei dir jetzt doch noch gerammt. Das Spiel ist schon wieder ab. Tschüss, liebe Leute. Tschüss. Liebe Jutsch. Glückwunsch. Das war's. 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 Mega, das krieg ich hin. Du willst mich kaputt machen? Aber locker. Ja, schön. Ach, bei mir auch, Zeitüberschritten, wie ein Kontakttimer. Ja, so, das haben wir. ich habe mich fast noch mal ein Alter, warum schmier das denn bei dir mal ab? Zum Glück ist das hier nicht so kompliziert mit dem Einladen ja warte ich muss eben, ich teste mal eben was hier Hä? ach Quatsch, was ist das? äh, wo ist denn, was ist denn jetzt die Spielexe? hast du es noch nicht an oder was? ich bin schnell das mal eben um, dass sie das als Admin ausführen soll das ist vielleicht aber schnell ja ähm vor höchstens noch drei Jahre, dann ich kann auch nehmen jetzt den Mobcar so, jetzt müsste er so langsam, also mal also wir können jetzt also ja, ja, ja ja jetzt ich kann dich immer noch nicht einladen, was machst du denn da? jetzt 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 geht immer noch nicht jetzt 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 gehts los jetzt bist du jetzt immer offline ich stehe immer noch, Anmeldung wird ausgeführt ach so so aber jetzt jetzt fein ausfüßt ist wieder sauber so ja ich bin schon beim Beiträgen den Grinder? welcher ist denn der Grinder? der der Firebird ach so ja der ist auch nicht schlecht was, was haben wir eigentlich? äh, irgendein Rennen ach weißt du was, ich nehme auch den Grinder, ich habe auch einen Firebird ja ja dann bin ich da mal nicht äh 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 mein ganzes Heck ist kaputt ja das ist die Lieblingsstrecke, die haben mein Bruder und ich immer gefahren äh aua mh auch auch jetzt äh in real life ja auch in real life da haben wir uns gebattelt, ja wir sind Zwift, ich mit meinem Kalibra äh Drecke, an der fast seine Un-, äh seine Unfreulichkeit verlor äh ah verdammt was Flatout angeht, hoffe ich äh was ohoh Tom wie viele Runden? vier, das schaffe ich doch gar nicht aua Jakob ooooh fast geil ohoh nein die Folge weiß wie oh man komm 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 ich fasse diesen Weg hier ich finde cool ja was machst du denn? kannst du mal gerade ausfahrt, ich fasse es nicht ey oh ne schon wieder alter, warum? weißt du nicht gib mal grad weg ja mach mach Votum wo bist du? ich warte erstmal ein bisschen ich überhole dich jetzt ok ja wo bleibst du denn? ja wo bleibst du denn? oh komm schon man geh mal hoch mir ist so viel im Weg wow da jetzt ooooh ne du ne du ok Ich glaube, ich muss langsam mal zurückschlagen und haust du ab. Na super. Scheiße. Nein! Scheiße. Jetzt trägt mich keiner mehr eingeholt. Nein! Ich wollte dich gerade rammen. Denken. Weg hier. Ach, das schaffe ich. Heikle Stelle, heikle Stelle, heikle Stelle. Oh oh, ich habe irgendwo nicht getüttelt. Das ist so klar. Fahr, fahr, fahr. Verdammt, ich habe kein Nitro mehr. Das regeneriert sich von alleine, das habe ich so eingestellt. Sehr gut. Vollgas. Bon. Picken zu weit. Oh, oh, oh. Ach, tschüss. Komm, 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 komm. Oh, ich qualme schon, das nicht. Verdammter Mist. Nee, 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 nee. Nein. Jetzt wird geradeaus. So, letzte Runde. Das schaffe ich. Darf ich. Weg. Ah. Weg. Ja. Nein, nein. Uh. Ja, da kannst du auch langfahren. Oh, das geht nicht gut. Weiße. Wo bist du jetzt? Äh, ich bin hier Ende der Baustelle. Na, super. Blöder Fehler. Um. Oh, komm schon. Versuch mal, meine Handbremse zu finden. Irgendwo muss die doch sein. Ah, kacke. Gibt's noch nicht. Wo ist denn die Handbremse bei mir? Ach so, ich hab sie doch gefunden. Ich brenne. Ich brenne. Was? Da hast du aber nicht mit viel zu lachen. Was, Karl? Ich krieg die... Ah, verdammt. Fähnitro mehr. Ausgerechnet jetzt. Felix musste dann keine Heizkosten mehr bezahlen. Ah, jetzt aber schieße. Ach, schieße. Ach, nö. Ja, da. Jakob. Komm, 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 komm. Treffen sich zwei Kerzen. Sagt die eine zur anderen. Ist Wasser gefährlich? Sagt, äh, da antwortet die andere. Dann davon kannst du ausgehen. Äh, Jakob, kannst du jetzt wieder, oder? Ja, ich bin schon wieder beim Anmelden. Okay. Sehr gut. Das dauert ja nicht allzu lange bei dir. Doch. Speedway links ohne Speedway. Jakob, du musst mitmachen. Wenn wir jetzt mal all das Flattmobil... Ja, das habe ich halt ausgewählt. Gut. Okay, ich bin hier da. Der ist hier da. Der ist hier da. Alle nach hinten. So. Einladung versteckt. Das Kabel möchte spielen. Das heißt ja, das macht einander. Ich bin hier da. Und ich bin hier da. Das ist hier. 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 Weil hier, Luis hier seine Grafikkarte 25 verkaufen. Welche? Die ist auf jeden Fall besser, als die ich jetzt hab. Ich glaub, die geht gegen 6, 60 oder irgendwas. Du wirst von innen geschoben! Alter, die prünftlichen Manette von Berlin. Oh Gott, ich bleib einfach hier außen kommen. Nehmt doch alles nichts. Aua. Ja. Der Wagen ist schmort, eh. Die schönen Flügel. Hm. Nein! Nein! Aua. Immerhin lebe ich noch. Komm, die Runde muss ich noch beenden können. Schaffst du nicht, schaffst du nicht. Aaaaah! Komm schon! Weißt du? Nein! Jaaaa! Nein! Ich muss mir das zielen! Ja! Gib doch Gas hier! Alter, kacke, kacke! Ey, ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Wo ist das Ziel? Verdammt nochmal! Da! Letzte Kurve! Da, 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 da! Jaaaa! Sehr schön! Jaaaa! Jaaaa! Also ich würde mal sagen, Jakob, du hast dich gut gepostet! Meine Güte! Oh, Schie springen! Fein! Na gut! Aber nur weil heute Sonntag ist! Jaaaa! Jaaaa! Das war eine Sunster! Jaaaa! Aber... Was mache ich hier? Schie springen! Aber nur nicht hier, äh, oben, sondern da unten! Wann rück ich denn? Wann rück ich denn? Äh, so wie ich war ein Schie springen, dann springst du ab! Sooo? Oh ne, hier fliegt der viel weiter! Aua! Jaaaa! Also ich hatte jetzt einen Winkel von 50 Grad! Und 303 Meter! 304 gerundet! Na gut! Zweiter Versuch! Ich schaff das schon! Jaaaa! Ohhhh! Ich würde dir raten, mich in diese komischen Rillen reinzufahren, die bremsen nicht aus! Ohhhh! Jaaaa! Ich bin jetzt weg! Jakob, ganz da unten! Alter! Wir spricken da so weit! Weiß ich nicht! Ich! Hey! 161 Meter! Das ist doch nicht schlecht! Doch! Warte! Das waren nur zwei Besuche! Oh ne! Timberland! Ich dachte 3! Dann muss ich das jetzt alles wieder rausholen! Komm 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 komm! So ein guter Ding hier! So jetzt nämlich den Mopka! Den? Die Mopka? Mhm! Uh! Mal schauen! Haben wir ihn! Alter! Die Strecke kenn ich sogar! Alter! Wie schnell seid ihr denn? Wir haben ne gute Beschleunigung! Aua! So komm komm! So, hau ab! Yay! Oh scheiße! Schön hängen geblieben! Helm Gold! Aua! Aua! Was ist denn? Das ist aber gekracht! Oh! Nein! Nein! Aua! So! Auf und davon! Ja! Mit Rabumms! Oh scheiße! Gabelstapler! Noch mehr Gabelstapler! Aua! Hätt ich bloß nicht diesen komischen Lagen genommen! Ja! Oh ja! Ihr kriegt mich nicht mehr! Komm! Aua! Was mach ich denn hier? Weiß es nicht! Oh! Nein! Scheiße! Na super! Aua! Nein! Oh doch! Oh! Den Baum hab ich aber erwischt! Na gut! Kann ich sie! Kommt dann mal schnell ran! Ja ne! Aua! Wo kann man Bäume hauen? Im Baummarkt! Baummarkt! Oh fucking! Komm! Zurücksetzen! Hm! Juhu! Mh! Mh! Ja! Jetzt hier aber mal! Aaaaah! Ich schaff das irgendwie! Ja! Tom darf nicht auf Platz 1! Doch! lijk! Kommt raus! Kommt raus! Nee! Perfekt! Nein! Oh oh, ich hab nen Reifen verloren! Oh oh! Und ich brenne! Ich prall noch nicht mal! Das ist echt der Burner! Oh kacke! Das ist so ein Scheiß! Was kann noch ab? Nein! Tom brennt oder? Tom brennt oder? Ja komm! Ich hab jetzt hier wollen lassen! Ja... Ach du hier wart schon viel! Wie Bescheuere! Nöö, das ist ja jetzt bitte... Ja... Crash Allay! Probwisch den LKW... Wollen wir alle den LKB nehmen oder nehmen? Machen wir auch. Ach, diese asoziale Schrecke ist weg. Och, das gibt es doch nicht! Ja, komm, nein! Oh, nee! Mein Gott, ey. Hu, hu, hu. Ach, ich muss nur das Ding sein genauso und ich wollte jetzt hier eigentlich ordentlich fahren. Ich versuch dich kaputt zu machen. Oh, da hin bist du ganz. Wie schmuckst du? Du bist falsch. Du fährst falsch rum. Dreck mal hier, resetten. Ist das schlimm? Ja, drück mal resetten. Obwohl, das ist ja ein Kontaktheimer. Achso, wir müssen uns wirklich schrotten. Oh, ich flieg auf der... Ich häng fest. So. Nein! Oh, meine Achse steht in meinem Luft. Meine Antriebsachse. Uuuuuh! Scheiße, ich kam da nicht weg! So, komm! Dann wird sie einfach so drauf fliegen. Geht das? Oh! Ah! Oh! 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 Wir haben East€ o laisse. So, ich muss erst einmal drehen. Das fliegt in der Elkw! Du brennst schon! Tu auf. Nein! Seid ihr heiß! Nein! Ich bin hier weg! Ich bin hier weg! Aua! Nein! Ja, das ist meine Zitlin hier. So, erstmal noch Jakob. Erstmal wieder. Ach ja, genau. Der schon wieder. Curling! Ja, das war auch sowieso. Ist jetzt die Disziplin. Ich finde die... Daran bin ich mega gut. Okay. Pass auf, dass dein Spiel diesmal nicht abstürzt. Ja, ich hab jetzt immer mehr Modifikationen hier angewandt, dann sollte das jetzt auch klappen. Ich schau uns einfach mal zu. Okay. Und binde mir dabei den Schuh. Jaaa... Nein! Stopp! Stopp! Jaaa... 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 Shit! 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 Daaa... das wird nichts. Hey! Doch, die Punkte werden nicht zusammengezählt. Äh, ich glaub... schon... Ja, den hab ich jetzt schon gekackt. Vielleicht krieg ich jetzt hier auch keine Punkte. Jaaa... Sehr gut. Jetzt nochmal einen Megasprung. Oh... Scheiße, Jakob, alter! Uaaa... 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 Uaa... 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 Jaaa... So... Das war hammer-buch. Ah! Wir haben die gleiche Punktzahl. Ja, genau. Ja, guck mal, ich habe in der letzten Runde 99 geschafft. Und damit, wir schauen jetzt hier nochmal auf die Pferdung, habe ich die besten Zahlen überhaupt erreicht. Das ist in einem Wurf. Sehr schön. So, jetzt sind wir durch. Das waren jetzt zwölf Renn-Events. Ist der nicht ein Rennspiel anstatt Bowling? Aber ich könnte ja natürlich noch, ne? Wir könnten doch mit dem Schulboss uns einmal crashen, so. Ja, komm, das machen wir auch nochmal, genau. Einmal mit dem Schulboss'n crashen, okay. Ja, das liegt doch in der Natur des Mannes, um den Schulboss'n crashen zu wollen. Ich nehme hier so eine Schrottenmühle. Warte. Meiner sieht jetzt voll schrottig aus. Achso, bereit drücken. Ja, habe ich. Ja, warte, ja. Oh nein. Oh nein. Ich sehe es doch schon. Komm, ich fahre wieder. Die Fangstelle im Suchen. Nein. Ja, lass mich jetzt raus. Oh, jetzt kommt Jakob. Ja, ja. Ja, bleib liegen, oh Mann. Ja, man kann mit den Dingern driften, wie geil ist das denn? Man kann Donuts damit machen. Ja, ich kann schon ja mit Donuts machen. Ja, ich kann ja mit dem Dingern drücken, wie viel Schaden hast du schon. Na, Pascal, wie viel Schaden hast du schon? Ja, nur minimal. Okay. Komm, der Stoß gerade war der erste, wirkliche Stoß. Ja, ich kann ja mit den Dingern drücken, wie viel Schaden ist das denn? Oh, jetzt. Ja. Mann. Oh, oh, Jakob brennt. Ja, das ist... Nicht sogar mal, das wird ganz nur bewertet. Nein! Mein Schulbus brennt aber... Mann! Jetzt ist er weg. Ah, schade. Ach, schmoppel! Ich seh ihn auch nicht. Ja, sehr gut. Aua. Komm, mach ihm Platz. Scheiße. Ja, du brenst auch. Echt? Oh! Hä? Mir freut mich noch nicht mal. Ist ja lustig. Ja, das ist ja ulkig. Ulkig. Na nu, ein Ulk! Ahem! Absolute Profis am Werk, yay! Jetzt hast den! Ja, ich mach jetzt hier ganz hart vor. Obwohl Pascal führt noch. Ha, ha, ha. So, ist mir zu blöd. Ha, ha, ha. Das wär die Wurzel, wie sie denkt. Ja! Sehr gut. Ja, gleich bist du kaputt. Ja, Uwe, bei mir doch sowohl noch ein bisschen. Jetzt gehst du kaputt, los, stirb! Ja! Ja! Ha, ha, ha. Ha, ha. Weitest nicht, oder? Ne. Ne? Achso, ja stimmt Pascal, sah ja schon so aus. Ja. Ha, ha, ha. Ich hoffe, ihr rutscht alle gut ins neue Jahr. Und... Frohe Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten nachträglich. Wenn ihr euch mein Weihnachts-Facial noch nicht angesehen habt, dann holt das auf jeden Fall nach. Da ging es gut zur Sache. Mir verrate ich nicht. Unbedingt reinschauen. Und dann hören wir uns 2014 frisch und munter wieder zu zahlreichen Displays. Und... Womit kommen wir an? Ich weiß gar nicht. Äh, ich glaub mit den Formel 1 nennen wir ja erst eine Woche später auch, ne? Am 4.5., was hatten wir gesagt? Ich weiß es nicht. Was, 4.5. Formel 1? Ja, ja, 4. oder 5.1. Achso. Ja. Am 3. komm ich wieder. Ich wünsche euch einen super Start bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht.